Kommen Ihnen Baukräne wie riesige Maschinen vor? Doch im Vergleich zu den Geräten, die ich Ihnen heute zeige, sind sie nur kleine Spielzeuge. Ich habe die epischste Bautechnik zusammengestellt, von gigantischen Zementmischern bis hin zu Bulldozern in Hausgröße. Am Ende sehen Sie den größten Kran der Welt, der bis zu 20.000 Tonnen auf einmal heben kann. Stellen Sie sich nur diese Zahl vor. Ich beginne mit einem weiteren Kran, damit Sie verstehen, welche Kolosse Sie heute erwarten. Der Wolf 1250b ist ein hocheffizienter Kran, der sich auf das Heben schwerer Lasten auf Baustellen spezialisiert hat. Er hat eine beeindruckende Tragfähigkeit von bis zu 60 Tonnen und kann mit einem Ausleger von bis zu 80 Metern arbeiten. Auf Wunsch des Kunden kann die Tragfähigkeit durch Erhöhung der Drahtseilwindungen gesteigert werden. Dieser Kran ist mit einem leistungsstarken Hebemechanismus mit 130 Kilowatt ausgestattet, der Lasten mit bis zu 190 Metern pro Minute im Einzelmodus bewegen kann, der weit verbreitet ist. Dank der hohen Seilaufwicklung auf der Trommel kann dieser Kran in Höhen von bis zu 800 Metern arbeiten und bietet eine breite Palette von Bauaufgaben in großer Höhe. Aber glauben Sie mir, nicht nur Kräne können mit ihren Größen beeindrucken. Der Lütho Noël 2Town 53 ist ein riesiger Frontlader, der als der größte der Welt gilt. Er wird für den Kupferabbau im Ray-Karriere in den USA verwendet. Seine Komponenten wurden zum Herstellungsort geliefert und direkt am Bergwerk zusammengebaut. Bei beeindruckenden Maßen Höhe 6,5 Meter, Länge 18 Meter, Gewicht 263 Tonnen, fasst seine 7 Meter große Schaufel mehr als 72 Tonnen Erde. Die Entladehöhe übersteigt 7 Meter. Die Bewegung dieser gelenkig verbundenen Maschine wird von einem 16-Zylinder-Dieselmotor Detroit Diesel mit einem Volumen von 62,5 Litern und 2300 PS sichergestellt. Die maximale Geschwindigkeit des Laders beträgt bis zu 15 Kilometer und der Tank hat ein Volumen von 4000 Litern, die diese Maschine in einem Arbeitstag verbraucht. Um die Wartungskosten des Le Tourneau L2 350 einzuschätzen, muss man den Preis jedes seiner Räder berücksichtigen, der etwa 105.000 Dollar pro Stück beträgt. Und auch den Anschaffungspreis von 7,6 Millionen Dollar. Kein Pappenstiel, oder? Die Steuerung dieses riesigen Laders ist relativ einfach. Im Fahrerhaus gibt es nur zwei Joysticks. Einen zum manövrierenden Karrier und einen zur Steuerung der Schaufel. Wenn Sie von diesem Aggregat noch nicht beeindruckt sind, sehen Sie sich einfach an, was ich noch vorbereitet habe. Denn das war erst der Anfang. Die Firma Hanjiang Heavy Industries aus China hat diese einzigartige Maschine SLJ 900 für den Bau von Eisenbahnstrecken geschaffen, die Peking mit der Mongolei verbinden. Besonderheit dieser Strecke ist, dass sie für Hochgeschwindigkeitszüge konzipiert wurde und dabei eine minimale Anzahl an Gleisübergängen erfordert, um eine sanfte Fahrt zu gewährleisten. Die Zahl im Namen der Maschine steht für ihre Fähigkeit, Brückenfelder bis zu 900 Tonnen zu transportieren. Diese Maschine hat beeindruckende Maße. Die Höhe beträgt bis zu 9 Meter. Die Breite 7,4 Meter. Aber am meisten beeindruckend ist die Länge von 91,8 Metern. Sie wiegt etwa 450 Tonnen. Ein bedeutender Vorteil ist die Möglichkeit, dass sich der Brückenleger auf normalen Straßen bewegen kann, was den Bau dieser Infrastruktur erheblich erleichtert hat. Apropos Straßen. 332 BOMAG Die größte Erdbauwalze der Welt, das Modell BW-332 von BOMAG, mag im Vergleich zu anderen Baumaschinen nicht durch ihre Größe auffallen, aber in ihrer Klasse ist sie ein echter Rekordhalter. Ihr Arbeitsgewicht beträgt 230 Tonnen und die maximale Verdichtungstiefe des Erdschichtens erreicht 4 Meter. Diese Walze wird beim Bau von Dämmen, wasserwirtschaftlichen Anlagen sowie im Straßen- und Bauwesen eingesetzt. Sie wird auch effektiv für die Wiederherstellung des Bodens nach Bergbauarbeiten verwendet. Die Breite der Walze des BOMAG BW-332 beträgt 2400 Millimeter und der Wendekreis dieser Walze liegt bei 4,3 Meter. Eine unglaubliche Maschine, die dort leistet, wo andere nicht können. Das Unternehmen Zoom Leon aus China gehört zu den führenden Entwicklern spezialisierter Technik und hat dies erneut bewiesen, indem es einen Riesen geschaffen hat, der Beton bis zu 1,01 Meter hoch pumpen kann. Grundlage dieses Geräts ist ein siebenachsiger LKW der Marke Scania, ausgestattet mit einem leistungsstarken 8-Zylinder-Motor mit 620 PS. Das Chassis von Scania wurde speziell von der Firma Laksa Special Vehicles hergestellt. Die Pumpeneinheit wurde von Zoom Leon entwickelt und der beeindruckende Ausleger von 101 Metern Länge, bestehend aus sieben Sektionen, darunter die letzten vier aus hochfestem Carbonfaser, wurde von der weltweit bekannten Betonpumpenfirma CIFA entworfen. Der Liebherr LR13000 ist eine beeindruckende Maschine in Größe und Leistung. Dieser selbstfahrende Kran, der 2009 von Liebherr entwickelt wurde, ist für das Heben von Lasten im Bereich mehrerer tausend Tonnen ausgelegt und hat eine Motorleistung von über 1000 PS. Der Kran ist für die Durchführung einzigartiger komplexer Bauaufgaben konzipiert, bei denen sehr schwere Lasten gehoben werden müssen. Der LR13000 wurde intensiv beim Bau von Kraftwerken, Raffinerien und Werften eingesetzt. Mit einer Tragfähigkeit von beeindruckenden 3000 Tonnen beträgt die Auslegerhöhe dieses Krans 144 Meter, mit zusätzlicher Sektion sogar beeindruckende 250 Meter. Um solche einzigartigen Werte zu erreichen, mussten die Ingenieure von Liebherr komplexe technische Herausforderungen bewältigen, indem sie einen hochfesten Ausleger und ein spezielles Drehwerk entwickelten. Der Kran ist mit zwei V8-Dieselmotoren mit einer Gesamtleistung von 1360 PS ausgestattet. Seine Fortbewegungsgeschwindigkeit erreicht bis zu 1,330 Kilometer. Dieses Gerät hat ein Gewicht des Anbauhakens bis zu 111 Tonnen, eine Länge der Raupenplattform von etwa 22 Metern und eine Höhe mit maximalem Ausleger von 270 Metern. Zur Bequemlichkeit des Bedieners ist die geräumige Kabine mit einer Klimaanlage, drei Monitoren und einem intelligenten Kransystem ausgestattet. Der italienische Autogreifer, einzigartig in seiner Leistung und seinem Gewicht, wurde 1980 gebaut. Sein beeindruckendes Gewicht beträgt 160 Tonnen und er wird von zwei leistungsstarken Caterpillar-Motoren betrieben, einem mit 700 PS und einem weiteren mit 1000 PS. Die Länge der Greiferschaufel beträgt beeindruckende 10 Meter. Leider, trotz seiner potenziellen Möglichkeiten, hat dieser Autogreifer seine Aufgaben nie aufgenommen. Er wurde auf speziellen Auftrag der libyschen Behörden gebaut. Aufgrund des Konflikts von Muammar al-Gaddafi mit anderen Ländern wegen Verdachts auf Unterstützung von Terroristen durfte der Hersteller den Greifer nicht an den Kunden liefern. Daher bleibt dieser riesige und unglaublich leistungsstarke Greifer ungenutzt in der Fabrik in Italien. Es ist bekannt, dass die Maschine derzeit in einem halbfertigen Zustand auf ihren neuen Käufer wartet. Ein weiterer Riese aus Italien, der 183 Tonnen wiegt, wurde ebenfalls vom libyschen Führer bestellt, erreichte jedoch, ähnlich wie der Autogreifer, nie sein Ziel. Dieser Bulldozer ist ebenfalls mit zwei Caterpillar-Motoren ausgestattet, jeder mit 675 PS. Die Abmessungen der Maschine und ihrer Ausstattungen sind beeindruckend. Die gesamte Konstruktion ist 12 Meter lang, die Schaufel ist 7 Meter lang und 2 Meter hoch und der Grubber hat eine Höhe von 3 Metern. Das Schicksal dieses Bulldozers, ebenso wie das seines Greiferpendants, ist traurig. Auch er wird gerade demontiert. Aber wegen ihrer rekordverdächtigen Dimensionen musste ich Ihnen dieses Paar einfach vorstellen. Das amerikanische Modell Roadtec RX 900 E trägt zu Recht den Titel der hungrigsten Fräsmaschine. Dieses fast 17 Meter lange Monstrum, das auf Raupen läuft, kann in einem Durchgang bis zu 3,88 Meter Asphalt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 36,5 Metern pro Minute entfernen. Dieser Kaltplanierer, wie diese Art von Technik oft genannt wird, ist mit einem 950 PS starken Caterpillar-Motor ausgestattet und verfügt über eine 6 Tonnen Schneidwalze. Man sollte ihn besser nicht im Weg stehen. Die Walze, ausgestattet mit 280 Zähnen, rotiert mit 96 Umdrehungen pro Minute und kann bis zu 36,5 Zentimeter tief in die Straßenoberfläche eindringen. Die Zähne dieser Walze zerkleinern effektiv die entfernte Asphaltschicht, die dann in den nachfolgenden LKW zur weiteren Verarbeitung transportiert wird. Diese Maschine bietet beeindruckende Möglichkeiten zur Entfernung von Asphaltbelägen und macht den Straßenbau- und Reparaturprozess effektiver und schneller. Der Schaufelbagger Big Musky mit einer Schaufel von 4,850 war, der als der größte seiner Klasse gilt, war in den USA 30 Jahre lang im Einsatz, beginnend ab 1969. Dieser Riese, gebaut von Bucyrus Eri, hatte beeindruckende Maße. Die Höhe betrug 68,7 Meter, die Breite 46,2 Meter und die Länge 140,2 Meter. Die Schaufel mit einem Gewicht von 230 Tonnen, angebracht an einem 95 Meter langen Ausleger, konnte in einem Zyklus 160 Kubikmeter Material heben. Im Durchschnitt bewegte die Maschine etwa 2,3 Millionen Kubikmeter Boden pro Monat im Tagebau. Der Bagger bewegte sich auf 20 Meter langen Stützschuhen mit vier Hubzylindern und Querzylindern, die einen Gang von bis zu 4,2 Meter ermöglichten. 1999 endete jedoch seine Dienstzeit und die Besitzer entschieden sich für den Abbau. Zum Abbau des Auslegers mussten 127. Millimeter Seile gesprengt werden. Der Big Musky existiert heute nur noch als Schaufel, die als Museumsstück die Erinnerung an den größten Schaufelbagger in der Geschichte bewahrt. Der Bulldozer Komatsu D5-7-Sifu A, der seit 1991 produziert wird, ist nach wie vor der größte Bulldozer der Welt. Seine beeindruckenden Maße betragen fast 5 Meter in der Höhe, 12 Meter in der Länge und 7 Meter in der Breite. Er ist mit einem 12-Zylinder-Turbomotor ausgestattet, der bis zu 1150 PS leistet. Diese Leistung ermöglicht es dem Bulldozer, bis zu 96 Kubikmeter Material auf einmal zu bewegen. Der Komatsu D5-Vium-Sifu A verdient zweifellos den Titel einer der beeindruckendsten Erdbewegungsmaschinen der Welt. Der Raupenkran mit doppeltem Gitterausleger CC 800-800-1 ist eine leistungsstarke Maschine mit zwei Auslegern und einer Tragfähigkeit von bis zu 3.200 Tonnen. Seine maximale Tragfähigkeit erreicht beeindruckende 44.000 Tonnen. Die offizielle Einführung des ersten Geräts fand im Oktober im Werk von Terex D-Mark in Deutschland statt. Zaked Agarwal, Geschäftsführer von ABG, betonte, dass der Kran für den Bereich der Kernenergie und für schwere Bauarbeiten eingesetzt werden soll. Er erwähnte auch die Möglichkeit einer Erweiterung der Arbeiten in neuen Raffinerien. Der Busyros RH 400 ist ein gigantischer Bagger, der beeindruckende 980 Tonnen wiegt. Seine imposanten Maße haben anscheinend die Schöpfer des zweiten Teils des Films Transformers inspiriert, wo der RH 400 zum Prototyp eines der Decepticons wurde. Der RH 400 kann in einem Arbeitszyklus mit einer Schaufel von 50 m3 Kapazität bis zu 100 Tonnen Material aufnehmen. Um einen Megasattelauflieger mit einer Tragfähigkeit von 350-400 Tonnen vollständig zu beladen, benötigt er nur vier oder höchstens fünf Zyklen. Der Bagger hat eine beeindruckende Arbeitsgeschwindigkeit. Die durchschnittliche Zeit eines Arbeitszyklus beträgt weniger als 30 Sekunden. Diese Maschine ist ein Musterbeispiel für hohe Effizienz und Produktivität in der Welt der schweren Tagebauausrüstung. Der asphaltfertiger Vogel, Super 3000, trägt zu Recht den Titel des Marktführers in seiner Klasse. Auf den ersten Blick mag er nicht besonders groß erscheinen, aber sein Hauptmerkmal ist die Effizienz des Arbeitsorgans. Diese Maschine kann eine Asphaltbahn von bis zu 15,5 Metern Breite verlegen. Stellen Sie sich vor, das entspricht der Verlegung von fünf Fahrstreifen in einem Durchgang. Die Fähigkeit, bis zu teißelnden 600 Tonnen Asphalt pro Stunde zu verlegen, macht diesen Asphaltfertiger extrem leistungsfähig. Für einen kontinuierlichen Betrieb dieses Geräts wird mindestens eine Flotte von LKW benötigt, um eine konstante Materialversorgung sicherzustellen. Es ist bekannt, dass dieses Modell Standard ist und aufgrund seiner Verbreitung und Zugänglichkeit in der Branche weit verbreitet ist. Dieser Kran, der in der Lage ist, Schiffe zu entladen und riesige Konstruktionen zusammenzustellen, beeindruckt tatsächlich durch sein Erscheinungsbild. Er kann Objekte bis zu 30 Meter hochheben und über 20.000 Tonnen wiegen, einschließlich ganzer Bargen. Dieser riesige Kran, der nach dem Thaisun-Werk in der Provinz Shandong benannt wurde, ist der größte stationäre Kran der Welt und wurde 2009 in Betrieb genommen. Am Tag der ersten Tests hob der Kran problemlos eine Barge mit 20.133 Tonnen auf eine Höhe von 30 Metern über dem Wasserspiegel. Seine Hauptaufgabe ist die Installation von extrem schweren Aufbauten auf halbtauchenden Ölplattform, MEN. Durch das Erscheinen des Thaisun haben sich die Methoden zum Zusammenbau riesiger Offshore-Anlagen radikal verändert. Einschließlich schwimmender Ölgewinnungssysteme, Speichereinheiten und Entladungssystemen sowie halbtauchender Bohrplattformen. Wie Sie sehen, können nicht nur Kräne und Tagebau-Lkw durch ihre Größe beeindrucken, sondern auch andere Baumaschinen. Vielen Dank fürs Zuschauen!